Aber bevor du deine Flügel kriegst und sich die Folchten des Paradieses auftun, hast du noch eine Aufgabe zu erfüllen. Es ist mir ja noch nie passiert. Guck, guck! Der Hälzl? Du? Ja, 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 ich! Ich hab' ihm doch gemolnt, du bist död! Noch eins so, wie man da eine, gell? Ja, seins ist so gut, gell. Und, ich glaub, man kann den Kaffee schon schmecken, es muss gleich einmal so weit sein. Ja, ja. So, jetzt schnell, du da, ich lo! Ja, wo es wär' denn das jetzt da, he? Ja, so hast du ja eine schöne Verwirtschaft, ey. Wir haben Ihnen somit den Hauptgewinn in Höhe von drei Millionen Euro übergeben dürfen. Die drei Millionen reißen wir uns in der Nogel. Hey, tun Sie was? Ja, ähm. Typisch. Der Bömmel hat nun nicht einmal hingekroben und schon kreisen die Geiler-Erbschaft. Voll geifel, soge ich! Geifel, soge ich hin! Ja, in der linken Jackentasche, da dringe, da, da, da! Na, da wird sicher Sommerzeitkrieger sicher nachschreien! Ich muss am Bergenjaggen! Na, jetzt geht der Lotto-Gewinn nach Afrika! Was darfst du denn da, da? Erstmal wollen wir jetzt ein Schade für die alle Kleider-Sommer. Ja, da kann ich den Jackentasche nicht zuerst und die alten Sachen dazu geben. Nein, ich bin doch schon nicht zu kalt. Drehst du doch nicht aus, ey! Nein, du, und der Bränke! Ja, bisschen Rosierer, dass der andere nicht von dem Lotto gewinnen muss! Ja, aber das Gewinn vom Bömerl ist da! Drehst du deine Finger wegs da! Na, schau mal, das ist ja eine Schienejacke noch! Na, aber die neue Jacke vom Papa, gell? Ja, du, das tut mir jetzt aber laut, aber den, den und ich entlöse versprochen, gell? Da, für, bei den anderen! Oh Gott! Oh Gott! Warte kurz! Ja! Ewig schade! Und den Janka! Ja, kann man nix machen! Ja, nix machen! Jetzt glauben wir's an! Mama! Ich bin wirklich ein Bömerl, so ein Geist! Ich glaub nicht an Geister heraufwächst! Erzähl den Schmarrn an den anderen, der an Geister klappt! Aber nix mir! Oh Geist vom Bömerl! Ich rufe zu dir! Stimmt, wenn das liegt! Was machst du schon so, was du willst? Ja, wenn's hinter drei Fliegen sind! Ababalabab! Aua! Ich sag das ja, oder du richtig einsteigst! Wahnsinn! Das nenn ich mal eine paranormale Aktivität einer rechten, plastischen Präsenz! Na, aber das kann ich jetzt nicht glauben, oder? Da spielt das zwei mir vor, wie traurig das ist! Eifern, töten von Papa! Und in Wirklichkeit? Ja, für den Teufel kann ich da nicht sagen! Das ist ein Missverständnis! Ja, zeig mir so eine Menschen an! Das ist ein Missverständnis! Das ist ein Missverständnis! Das ist ein Missverständnis! Ich hab keinen, der sich die Schmarrn an! Und das ist ein Missverständnis! Das ist ein Missverständnis! Vielen Dank.